Hier in der Landespolizei-Inspektion Gotha wird heute die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2013 vorgestellt. Oskar am Freitag TV ist für Sie dabei. Wenn man das so sagen darf, ist natürlich diese Entwicklung noch ausreichend. Das war der Verkehr in der Landespolizei-Inspektion. Wie ist denn die aktuelle Entwicklung der Verkehrsunfallzahlen im Landkreis und der Stadt Gotha 2013 zu bewerten? Also die Zahlen der Stadt Gotha und auch im Landkreis, konkret die Unfallzahlen, sind sehr positiv zu bewerten. Wo sehen Sie die Hauptursachen für Unfälle? Die Hauptunfallursache ist natürlich, wie in den Jahren zuvor, die überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit, nicht gewährende Vorfahrt und auch derartige Delikte wie Fahren, Fahrzeug unter Alkoholeinfluss bzw. unter berauschenden Mitteln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017